Es gibt Sachen, 50 verdammte Kilometer, die muss man einmal im Leben gemacht haben. Ich will mich tätowieren lassen. Ich überlege mit der scheisse Ernsthaft abzubrechen. Verrückt nur, wenn es sich dabei um den Lebenstraum eines anderen handelt. Das heisst, dass ich mal das Tier mit schlachten möchte. Noch ärgerlicher, wenn diese Challenge Ich kann mir aussuchen, was ich mir stecken möchte. Nein, sicher nicht. zu einer unfassbaren Überwindung wird. Bucketlist. Wir würfeln jetzt, wo wir unser Teil hererstellen. Machen doch den Scheiss allein! Die Buddy Bucketlist. Mit Moser und Schölger. Ab Mittwoch, 22. Mai. Exklusiv streamen auf OnePlus.